Was geht Leute? Mein Name ist... Spaß! Mein Name ist Leute... Willkommen zu einem neuen Part... Was ist das, Alter? Keine Ahnung. Vom Road to Commander, Part Nummer 8 oder 7 oder 8 oder 9? Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube 9. Das ist Part 9. Doch. 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 Echt? Doch. Ja. Okay. Und wer ist mit mir am Start? Sag mal Hallo. Hi. So, okay. Alles klar. Ja, das reicht. Okay. Wir spielen heute... Hm. Erstmal nochmal Team Deathmatch machen. Team Deathmatch? Ja. Team Deathmatch ist so kurz. Wollen wir nicht Abschluss bestätigt? Ja, dann halt von mir aus Abschluss bestätigt. Mir egal. Ich finde Abschluss bestätigst du so ein Team Deathmatch so verlängert. Irgendwie. Bei Team Deathmatch ist es immer so richtig kurz. Absent. Was hältst du zu dieser Map? Ähm... Ich weiß jetzt... Ach doch, das ist dieser mit dem Raumschiff in der Mitte, ne? Ja, ja. Die ist nicht schlecht. Raumschiff in der Mitte? Ja. Ähm... Das ist typisch Danny, Alter. Man sagt so, das mit dem Raumschiff in der Mitte... Ja, ja. Ähm... Raumschiff in der Mitte? Ja, ich weiß doch nicht, was du meinst. Habt ihr zugestimmt? Aber dann habe ich mir überlegt, hast du recht? Oder hast du diesmal ausnahmeweise mal nicht recht? Ja, das kommt nie vor. Ah, ja, ist recht. Du hast uns immer recht, stimmt's? So sieht's aus. Du hast immer recht, lalalala. Spaß. Äh, ja. Ich spiele heute mit der BAL27. Ich auch. Ne, du nicht. Ah, ne, das ist gar nicht schlimm im Raumschiff. Ja, sag ich doch. Hä, du hast gar nichts gesagt. Ich hab immer recht. Ja, okay. Alles klar sehe ich ein. Okay, wo muss ich lang? Ach, da, okay. Oh. LOL. Das guck ich aber jetzt mal an, Freunde. Oh, shit. Wie hat er mich denn so schnell gesehen? Der eine Typ hat die Lasergun. Ah, okay. Der wusste, dass ich komme. Kennst du die Lasergun? Die ist übel OP, ne? Nein, die ist richtig schwach. Der ist ohne Scheiß. Ja, ja. Die ist zwar ohne Rückstoß und sowas. Und auch super präzise und so, aber die ist schwach. Wo sind die Gegner, Mann? Also, mir kam immer vor, als ob die übel stark ist. Weiß auch nicht warum. Oh, hinter mir. Also, immer wenn ich in der Team eine hatte, alter das damit übelst war uns. Oh mein Gott. Oh mein Gott, mein Nase juckt auch. Oh nein. Shit, Digga. Hat das schlecht gemacht. Das ist gerade echt, äh... Das war so schlecht gemacht von mir, Freunde. Und mich schämen. So. Puh. Ich hasse Zweikämpfe. Ich verliere alle Zweikämpfe. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, aber es ist... Kann ich mich auch so hinlegen, alter. Wenn die das auch so machen. Ja, leg dich hin. Was? Ne, Dropshot meine ich, weißt du? Ja, leg dich hin. Die Dropshotten immer, alter. Oh, je, 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 je. War das eng. Sag sie auch immer, wenn sie bei mir ist. Ich meine, ich sag das immer, wenn sie bei mir ist. Ah, okay. Schieb die dir immer den Dildo in den Arsch, oder was? Sag ich auch immer. Sag sie auch immer. Hahaha. Ich wollte... Nein, ich... Ich sag, es ist eng. Ach du. Ist klar, sie sagt das. Ja, ja, also... Hast du doch gar gesagt. Du bist witzig, alter. Findest du richtig lustig, ne? Mann. Wow, nice. Hab gleich keine Munition mehr. Scheiße. Was ist für ne Waffe? Na, ich hab den Drohne, Bro. Gut, yo. Danke, yo, homo. Nein, von hinten! Oh, man, nicht gesehen. Ich will mal wieder bessere Killstreaks bekommen. Außer die Drohne, ey. Schade. Da wollte ich link von hinten kommen, alter. Wie der Denys auch. Man mag link von hinten. Ja, alles klar. Bei dir, ne? Ja, Digga. Magst du immer... Von links hinten magst du das. Ja, genau. Du hast immer recht. Wusstest du das? Oh, dass ich den bekommen hab, war auch richtig Glück. Nein, Freunde. Das war Aim und Movement. Ha. Ha, ha, ha. Abschluss bestätigt. Wir liegen in Führung. Oh, man. Oh, shit, shit, shit. Na, ich hab schon wieder ne Drohne. Ja, da. Ich auch. Drohne raus. Ja, hast du auch schon wieder? Ja, hab schon wieder aber gestorben. Nice. Nice, sag ich. Nice. Bestraf mich. Bestraf mich, indem du richtig böse Wörter zu mir sagst. Okay, du. Blödlian. Nein. Ich wollte nur den Tag aufheben, Mann, und dann sterbe ich. Ich finde ich sterben in dem Spiel gar nicht so schlimm, weil man einfach dann dauernd stirbt irgendwie. Ja. Nein. Oh, das war so dumm. Ich fühl mich so unmobil im Moment. Ich weiß nicht. Ich fühl mich so unmobil. Ich wünschte, ich könnte dreimal boosten. Ja, da steht einfach, das war ein Gegner. Alter, was denn los mit denen? Frederic, was denn los mit denen? Nein. Ja, wenigstens hab ich einen bekommen noch. Ziemlich, ziemlich nice. So. Hallo. Überraschung. Oh, ich liebe Abschluss. Abschluss bestätigt nicht so mein Lieblingsspielmodus. Ja. Oder findest du nicht? Abschluss bestätigt? Ja. Ist nicht schlecht, ne? Kann man auf jeden Fall so lassen. Findest richtig gut. Oh, hi. Nein, wieso stirbt der denn nicht? Digga, ich hab ihn mit der Sämtix geklettert. Äh, geklettert. Ja, Digga. Der ist ein Super-Syrigen. Ja. Zeig dich, zeig dich, zeig dich. Oh mein Gott, da waren drei Stück, ey. Da hinten. Oh man. Wir kommen einfach von überall. Er war einfach unsichtbar. Diese Sniper hier sind so nutzlos. Oh man, wir verlieren. Das kann nicht wahr sein, dass wir immer verlieren. Immer? Wir haben mehr in the Road to Commander gewonnen als verloren. Ich bin gespannt. Ob ich wenigstens eine Einser-Win-Dings da habe. Zum Schluss. Diese Waffe ist so PD-BAL. Ich finde sowieso den Rückschluss hier ein bisschen zu gering. Nein, nicht nachladen, nicht nachladen. Ich muss es lernen. Wenn ich nachlade, dann wusstest du, dass die restliche Munition verloren geht. Was will ich jetzt testen? Sag mir, ob wirklich stimmt. Stimmt aber, ne? Ja. Vor allem, wie ich spawne. Ich spawne und sehe sofort einen Gegner, den ich eliminiere. Was? Dass die Munition da weg ist. Ich meine, ich habe das in den Kommentaren gelesen. Aber ich habe es erstmal gar nicht geglaubt, Alter. Ja, ja. Oh man, ich spawne und sterbe sofort, Alter. Ich finde, das sind so nötige Tode. Die müssen nicht sein. Ja. Oh man. Guckt mal die Connection an, Freunde. Wie viel ich auf den schießen musste. Und der lag da einfach nur. Stell dir vor, der liegt da. Der rasiert seinen Bart und du schießt auf ihn. Wie das aussehen muss. Hast du dich heute rasiert eigentlich? Ja. Wo alles? Im Gesicht. Auch an deiner Vagina? Nee, an deiner Vagina. Hahaha. Mann, no. Wo kann ich Scheiße auf mich zu beleidigen, Alter. Nein, Spaß. Pinlegen ist hier richtig effektiv auf dieser Map. Unglaublich. Ja, ich sehe, wie du hier am Campen bist. Abschuss bestätigt. Ich liebe Kämpfen. Kämpfen, nicht Kämpfen. Abschuss bestätigt. Drohne. Drohne. Unsere Drohne ist online. Nein. Mann, wir verlieren sogar noch. Komm schon, Leute. Ernsthaft, ey. Echt, ey. Ich kann es nicht glauben. Gas geben hier, ey. Ah. Oh man. Schon wieder funeral. Na gucken, wer hier keine Marken eingesammelt hat. Das gucken wir jetzt mal. Ne? Weil hier muss er Marken sammeln. Ja. Guck mal. Ich hab 16. Du hast 10, Digga. Und beschwerst dich, dass wir verlieren. Ja, aber das liegt nicht an mir. Weil guck mal. Der hatte zum Beispiel 4 und der 7 unten. Weißt du? Ja, aber ich weiß, was du meinst. Aber du musst auch... Und der eine hatte 0. Ne, der 1. Ne, 0. 0. 0. Ja. Ja. Haha. Siehst du da, dann lagst. Ja. 10 ist gar nicht so wenig. Natürlich geht's besser, aber... Ich bin aufgestiegen. Ich bin Level 18. Okay, nice. Ja, gut. Das war's für diese Folge. Vielen Dank, was du gerne schauen. Und bewert nicht vergessen mit dem Daumen nach oben. Und, äh, ja. Willst du noch was sagen? Ja, macht's gut, Freunde. Auf jeden Fall Daumen hoch da lassen. Und wir haben euch alle lieb. 3... 2... 1... Ciao!